Wenn ich sage, ich gehe aus, dann ist es mir daran wichtig, wohin ich gehe und nicht woher. Wenn aber ein Politiker sagt, ich gehe aus, hält er es nicht für wichtig, wohin er geht, sondern wovon. Ich gehe davon aus, sagt er, aber er sagt nicht, wohin er geht. Ich gehe davon aus, dass, sagt er, aber er sagt nicht, dass und womit oder mit wem er geht und wohin. Ich gehe davon aus, sagt er, dass man mich gewählt hat, damit ich meine ganze Kraft, dem Wohle des deutschen Volkes und so weiter oder so ähnlich, sagt er, dass er davon ausgeht. Also von da weg. Er entfernt sich von dem, wovon er sagt, dass er davon ausgeht und geht irgendwo hin, wo alles ganz anders sein muss. Denn sonst hätte er ja gleich dort bleiben können, wovon er ausgegangen ist. Aber obwohl sie pausenlos ausgehen, sind sie doch alle immer noch da. Ohne, dass von ihm groß was ausgeht. Und wenn ihnen was ausgegangen ist, dann der Verstand und sowas geht. Davon kann man ausgehen. Nie gut aus. Applaus Vielen Dank.